Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Maja. Willkommen beim Projekt Klatschmundwiese. Juhu! Meine Freunde, die Bienenhummeln und Schmetterlinge, sind in der Natur unersetzlich. Sie sind Bestäuber für Blumen und Blüten und sorgen so auch für die Vielfalt der Pflanzen, der Tiere und auch für das Essen für euch Menschen. Leider finden sie selbst immer weniger Nahrung, weil es in Gärten auf Wiesen und auf freien Flächen immer weniger Blüten zu besuchen gibt. Deshalb brauchen sie unsere Hilfe. Helft mit! Bei meinem Projekt Klatschmundwiese habe ich Bienenwissen für euch vorbereitet und gebe euch Tipps, wie ihr auch zu Hause meinen Insektenfreunden helfen könnt. Gemeinsam lassen wir es blühen. Das wird sensationell!